Meine Frau will aber hoffen, ich habe keinen Bock aufzuholen. Hast du doch auch nicht, hieb es doch zu. Doch. Darum hättet ihr auch eigentlich ihr Pass. Eigentlich war ihr noch Zeit, mit den Ketten, die ich bestellt habe, dass die hätten da sein können, dann hätte ich die Balken unerschneiden können. Schnell mal. Gut, ist ein Argument, ja. Ich bin eigentlich so der Plan.